Musik 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 Haupteingang Ich glaube, hier bin ich richtig Musik 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 So, frisch gepackt. Hallo, liebe Kinder, liebe Erwachsene. Heute stelle ich euch jemanden ganz besonderes vor. Den Drachen Fabius. Das Maskottchen der Stadtwerke Gießen. Er ist schon seit vielen vielen Jahren als Glücksbringer unterwegs. Überall dort, wo auch die Stadtwerke sind. Bei Veranstaltungen zum Beispiel. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon mal getroffen. Beim SWG City Day in der Ringallee. Oder beim Energietheater mit Fabius in den Grundschulen. Beim Stadtfest in Gießen. Sport in der City. Oder auch in der Osthalle bei den Basketballern. Oder in Hüttenberg bei den Handballern. Und wenn die Tour der Hoffnung jedes Jahr ihre Tour auf dem Hof der Stadtwerke startet, dann ist auch immer Fabius dabei. Und wenn die Stadtwerke ihre Ferienspiele im Wasserwerk in Queckborn veranstalten, ja, da springt er auch zwischen den Kindern umher. kommt da. Komm her, Fabius. Zeig dich mal. Oh, da bist du ja! Fabius? Du bist aber klein. Da oben bist du! Hallo Fabius! Fabius, komm runter, ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Oh, nicht zu schnell Fabius. Hi, uh, na, geht's dir gut? Wunderbar, leider kann Fabius nicht sprechen, deshalb erzähle ich euch von ihm. Und falls ihr euch fragt, wer ich eigentlich bin, ich bin Clown Ishmael. Fabius und ich gehen von heute an auf Tour, auf die Fabius & Decker Tour. Und alles, was wir beide dort tun und erleben, das erkläre ich euch dann immer. Also, wir haben ganz, ganz, ganz viel vor. Seid ihr auch schon ein bisschen neugierig? Dann freut euch auf Experimente zum Mitmachen und Erklärvideos. Wir schauen uns auch ganz genau bei den Stadtwerken um und zeigen euch, was die alles so machen. Es geht ins Wasserwerk und zur Trea und in eines der vielen Blockheizkraftwerke. Die Gießener Bäder besuchen wir natürlich auch und schauen uns in der Buswerkstatt der Stadtwerke um. Wir haben lauter Erdgasbusse. Also, ihr seht, es wird richtig spannend mit und bei uns. Aber wir wollen heute noch nicht zu viel verraten. Jetzt zeigen wir euch erst einmal die Zentrale der Stadtwerke, wo der Fabius herkommt. Oh Fabius, jetzt geht's los. Wow, was machst du denn? Auf dem Roller? Wow, cool. Wow, los geht's. Hoffentlich komme ich da hinterher. Vielleicht hast du schon unsere Webseite gefunden. stadtwerke-gießen.de Da findest du ab jetzt jede Woche ein neues Video und den Ausmal Spaß mit Fabius. Eine DIN A4 Seite mit Fabius zum Ausmalen und jede Menge weitere Infos. 1 mit Fabius